Zunächst mal würde ich gerne hier ein klein wenig aufräumen. Also erst mal die bereits angelegte Ebene in Dunst benennen. Wir haben von vorhin, als wir hier mit der 3D-Kugel gearbeitet haben, noch die 3D-Palette hier. Die brauchen wir auch nicht mehr, die kann weg. So und jetzt können wir beginnen hier Dunst in unser Bild einzumalen. Und zwar sowohl über die Erde hier drüber, als auch genauso über den Himmel. Die Erde ist auch noch nicht benannt. Kleine Sünden, das nenne ich noch mal in Erdoberfläche, um jederzeit hier die Übersicht zu bewahren. So jetzt können wir aber wirklich, könnte wir anfangen zu malen, wenn wir schon eine Pinselspitze hätten. Der Pinsel ist schon da. Die Pinselspitze hat diese Größe hier. Vielleicht ist es ganz gut, mal einen Blick in die Pinsel zu werfen und uns das hier mal anzuschauen. Ich nehme die mal hier raus, so dass wir die hier schön voll im Bild haben. Ziehe unser Bild noch ein bisschen weiter rüber. So, dann haben wir den totalen Überblick über die ganze Szene. Und wir schauen uns mal an, was jetzt passieren würde. Jetzt würde ich anfangen zu malen und würde überall den gleichen Pinselstrich auftragen. Deckkraft 100%. Das hätte ich ja lieber bei 10%. So, das Nächste. Ich klicke mal die Formeigenschaften an. Und damit ich da auch was dran tun kann, muss ich hier dieses Häkchen setzen. Ich habe hier einen Größenjitter angegeben, der bei 0% liegt und auf Zeichenstift Druck gestellt. Oder auf Zeichenstift Schrägstellung, das kann man auch tun. Ich bleibe mal beim Zeichenstift Druck und setze den Mindestdurchmesser ein bisschen nach oben, denn allzu spitze Formen kann ich hier nicht brauchen. Zeichenstift Druck bedeutet, dass ich jetzt, je nachdem wie stark ich drauf drücke, eine große oder eben eine kleine Spitze bekomme. Kleine Spitze bei wenig Druck, eine große Spitze bei viel Druck. Den Winkeljitter, den muss ich bei einer runden Spitze nicht unbedingt einstellen. Allerdings habe ich hier noch einen Rundheitsjitter und der steht bei 100%, geht nach der Zeichenstift Schrägstellung. Und wenn ich den jetzt mal runtersetze, hier die Mindestrundheit runtersetze, dann kann ich durchaus auch mit einer flacheren Spitze malen. Bei Mindestrundheit 0% würde das so aussehen, das ist unnatürlich, aber das würde gut funktionieren. Und jetzt kann ich durchaus auch den Winkeljitter hier verändern und so eine Form erzeugen. Im Gegensatz zur Größe wird diese Rundheit allerdings auf die Schrägstellung meines Stiftes reagieren und so kann ich eine sehr intuitive und wirklich optimal zufällig aussehende Dunstglocke über meinen Planeten hier drüber malen. Also nochmal zusammengefasst, der Größenjitter, der darf bei, ja ich setze mal ein bisschen nach oben, bei wenigen Prozent liegen. Der Mindestdurchmesser, den möchte ich nicht allzu klein haben, um keine zu spitzen Formen zu generieren. Winkel und Rundheit sind voneinander abhängig. Erst wenn ich die Rundheit auf einen Wert von unter 100% gebracht habe, macht der Winkel hier Sinn. So, genug geredet. Ich nehme meinen Pinsel und blieder den wieder hier an mein Objekt an, fahre das Ganze mal ein bisschen weiter rüber, mache es ein wenig größer, damit man auch sieht, was wir hier tun. Und jetzt hatte ich ja bereits die Weichheit meiner Spitze eingestellt, maximal 25% Härte dazu zu nehmen, auch die Größe ab und zu mal zu verändern. Jetzt beginne ich einfach in unserer Ebene, da ist sie in der Dunstebene, hier mal vorsichtig diese Dunstglocke einzuzeichnen. Und wer sowas schon mal beobachtet hat, auf irgendwelchen Bildern, die aus dem All aufgenommen worden sind, naja All, so richtig nach All sieht es nicht aus, aber Sie wissen, was ich meine, der weiß auch, dass diese Dunstglocke natürlich in unmittelbarer Nähe der Erde deutlich stärker ist als drüber. Trotzdem muss ich sie natürlich auch ein Stück weit hier nach oben malen. Und jetzt sieht man, dass hier so langsam Entfernung ins Bild reinkommt, sodass man schon sehen kann, dass wir hier eine weiter entfernte Gegend haben, als das, wo wir hier direkt beinahe schon senkrecht drauf schauen. Mit einer etwas kleineren, dafür aber etwas härteren Spitze male ich jetzt mal ganz dicht an der Erdoberfläche entlang, um da diesen fast schon weißen Streifen zu erzeugen. Es ist überhaupt nicht dramatisch, wenn sich damit diese Kante auflöst. Ich glaube, dass man das je nach Witterungslage und vor allem natürlich auch je nach Kamerastellung in der Realität auch beobachten könnte. Und Sie sehen auch, wie schön unregelmäßig diese Kante hier wird durch unsere Einstellungen, durch verschiedenen Druck, den ich hier ausübe und durch verschiedene Schrägstellungen meiner Pinselspitze. Ein bisschen größer das Ganze nochmal, um den Streifen nicht zu isoliert dastehen zu lassen, sondern ihn auch noch mit dem Rest des Dunstes zu verbinden. Und dann kommen wir irgendwann bei so einer Geschichte hier raus. Ein bisschen größer das Ganze. So. Wenn ich jetzt mal das gesamte Bild anschaue und mal den Dunststreifen rausnehme, dann sieht man, dass wir so noch keine wirkliche Verbindung haben. Erst mit dem Dunststreifen verbindet sich das Ganze. Die Deckkraft bringe ich mal ein klein wenig weiter runter auf einen Wert von 90 Prozent. Das garantiert, dass wir die Horizontlinie doch gerade eben noch sehen, was sicherlich kein Schaden ist. Aber im Großen und Ganzen ist damit unsere Dunstlinie fertig. Wichtig ist nur, dass Sie sie nicht nur über den Horizont malen, sondern dass Sie ein Stück weit auch hier den Vordergrund damit überstreichen.